Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensvideo. Für die Wirtschaftsakademie Wien beantworte ich einmal im Monat Fragen von Studierenden aus unterschiedlichen Kursen. Die Frage, die ich hier jetzt beantworte, stammt aus dem Kurs Online Marketing und Social Media Management. Die Frage wurde von Barbara gestellt und sie lautet, ich würde es schön finden, wenn ein Beitrag den Aufbau einer Marketingstrategie näher behandeln würde. Tipps und Infos zu Werbung mit neuen Medien, Podcasts, Virtual Reality etc. pp. wären auch ein interessantes Thema für mich. Also Barbara, da muss ich sagen, das sprengt den Rahmen eines Wissensvideos, weil eine Strategieentwicklung, eine Marketingstrategieentwicklung, ich mache das ja öfter für Unternehmen, dass ich Marketingstrategien entwickle. Sehr häufig werde ich von Unternehmen hinzugezogen, die in Richtung Digitalmarketing ihre Strategie entwickeln oder überprüfen wollen. Auch das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr häufig beschäftige. Beispiel quasi eine Überprüfung von laufenden Strategien als Audit, wenn du so willst. Aber das ist nicht etwas, was man in einem 10 Minuten Video erklären kann. Das ist eher etwas, weil es eben sehr individuell jeweils ist. Ja, das ist eher etwas, wo ich eine Woche verbrauche, manchmal auch 14 Tage, je nach Unternehmensgröße eben. Und daher ist die Frage in der Form so nicht wirklich zu beantworten. Auch die Frage mit Tipps, Tricks für neue Medien. Du sprichst ja hier Podcast als neues Medium an. Podcasts gibt es übrigens schon 20 Jahre. Die sind halt nur in den letzten zwei, drei, vier Jahren ziemlich en vogue geworden. Auch die Werbemöglichkeiten über Podcasts haben sich in den letzten drei, vier Jahren recht gut entwickelt. Das war vor zehn Jahren eigentlich kaum ein Thema. Aber neu sind Podcasts nicht. Und die Frage, inwiefern man jetzt dann diese Medien oder andere Medien in Marketingstrategien nutzen kann, die beantwortet man im Regelfall immer nach dem gleichen Prinzip. Das Prinzip habe ich übrigens sehr schön auch beschrieben in meinem Buch Online-Marketing-Konzeption. Es fängt immer mit dem Ziel an. Welches Ziel habe ich? Es geht weiter mit der Zielgruppe. Die Zielgruppe sollte möglichst genau beschrieben werden. Also wer ist meine Zielgruppe? Wo konsumiert meine Zielgruppe Medien? Also welche Kanäle schaut meine Zielgruppe? Was liest meine Zielgruppe? Wo etc. pp. Und dann im weiteren Verlauf geht es natürlich dann auch darum, ein bisschen Zahlenmaterial an das Thema ranzukriegen. Also mit welchem Budget kann ich wie viele Personen meiner Zielgruppe wie nachhaltig erreichen? Über den jeweiligen Kanal. Und wenn du denn zehn Kanäle untersucht hast, ordentlich untersucht hast, weil das Datenmaterial gibt es in der Regel. Ist halt viel Arbeit. Deswegen sage ich, eine Online-Marketing-Strategie, mal eben so erklären in einem Zehn-Minuten-Video, das geht nicht. Das ist ein sehr umfassendes, sehr komplexes Thema, wo du dann am Ende halt, ja, ich mache das immer gerne mit so Excel-Tabellen, wo ich über What-If-Modelle dann auch versuche, Szenarien miteinander zu vergleichen. Das heißt, Szenario, ich investiere in Kanal A, B, C, D und kann hier einen Klick einkaufen für 50 Cent. Aber was passiert, wenn der Klickpreis auf 80 Cent steigt? Und so weiter und so fort. Deswegen, also den Zahn muss ich dann an der Stelle leider ziehen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein dickes Brett. Tipp, Online-Marketing-Konzeption, mein Buch, das geht ganz stark in die Richtung. Aber für ein Zehn-Minuten-Video passt es nicht. Ich danke trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.